So, Hallichen und Hallöchen, meine lieben Leute, und herzlich willkommen zum neuen Jahr, äh, zu allererstem Mal. Also ja, frohes Neues, das habe ich nämlich, äh, glaube ich, auch noch in keinem meiner KSP-Videos gesagt, denn das ist hier, also dieser Part hier geht online, äh, ein paar Tage nach Neujahr, also ein paar Tage nach Neujahr 2021. Deswegen frohes Neues erstmal, also falls irgendwelche Leute das irgendwie in der Zukunft wohnen, keine Sorge. Es kommt jetzt nicht weiter zum Video vor, ich wollte es am Anfang mal anmerken. Äh, frohes Neues, äh, an alle meine KSP-Zuschauer, denn das habe ich euch ja noch nicht, äh, wünschen können. Das ist die erste KSP-Folge dieses Jahres. Wie auch immer, ähm, ich habe ein bisschen überlegt, äh, in der letzten Folge hatte ich nämlich gesagt, ich würde gerne heute noch mal ein bisschen was, oder, was heißt heute, in der nächsten Folge hat noch mal ein bisschen was mit dem, äh, EVA Construction Mode, äh, machen und rumprobieren. Und, ähm, da ich ja auch schon mal ein, ich habe zwar schon mal ein Docking-Video aufgenommen, ich kann es mal kurz zeigen, indem ich erklärt habe und gezeigt habe, wie das Andocken von Dingen funktioniert. Das ist, äh, Womit-Nin-Station. Das ist die Mühner-Station hier. Die haben wir, was auch immer das für ein roter Punkt ist, wahrscheinlich von irgendeiner Quest oder sowas, in einem Quest-Marker. I'm guessing. Wie auch immer, die haben wir hier im Mond-Orbit. Und die habe ich auch im Mond-Orbit gedockt. Äh, das Problem ist nur, äh, also, es ist, es war durchaus verständlich, ich habe die ganzen Basics alle erklärt und so weiter und so fort. Aber, äh, ich denke, es ging noch ein bisschen verständlicher, deswegen dachte ich mir, was wir heute machen werden, ist, wir werden, mal kurz auf Kerbin fokusen, wir werden eine Station, eine Mondstation, äh, eine Mondstation, sondern schon, eine, äh, Raumstation in den Kerbin-Orbit hochschießen. Und werden dann von da aus an der Raumstation, das wird dann unsere, unsere Baustation, I guess. Literally. Unsere Baustelle. Sonst aber Baustation klingt passend, ne? Da werden wir dann, ähm, ja, I guess, äh, Raketen mit Parts, mit Teilen hochschicken und da randocken. Und dann werden wir da oben einen Engineer haben und der wird dann da Raketen zusammenbauen. Und ich glaube, einfach nur, um es mal auszuprobieren, wie das so funktioniert, werden wir dann hingehen, werden von da aus eine kleine Drohne zusammenbasteln und die dann vielleicht zum Mond schicken oder sowas. Das habe ich mir so vorhin ausgedacht. Inwiefern das klappen wird, kann ich euch noch nicht genau sagen. Das Docken sollte auf jeden Fall nicht alles problematisch werden. Aber ja, wie auch immer, ähm, ich dachte immer, da das hier immer noch mein Let's Guide ist, dachte ich mir, ich mache hier nochmal so ein bisschen mehr Guide-Content, vor allem in Richtung Docken, weil ich weiß, dass viele Leute damit auf jeden Fall Probleme haben. Ähm, vor allem wenn sie neu sind im Spiel. Ich gucke mal kurz, ob wir hier auch noch eine Quest dafür haben. Äh, irgendwas mit Kerbin, Dress, Moon, Dress, Moon, Minmus, Gilly, Temperature, Moon, ne, ne. Okay, da, uh, attach a new part to satellite and orbit. Das, 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 äh, oh, attach a radiator panel, ne, das werden wir definitiv nicht attachen. Dann werden wir das ohne, äh, ohne Contact machen. Und ich würde sagen, ich lege einfach mal direkt los. Genau, und ich lasse mal an dieser Stelle direkt auch mal den Hinweis da. Sollte euch mein, äh, mein, mein Channel und mein Content und so weiter gefallen, lasst mir lieben gerne ein Abo da. Würde mich sehr freuen, die meisten meinen Abonnenten, für, für die von euch, die es nicht wissen, sind übrigens inaktiv, deswegen, äh, ich hab da zwar 3000 irgendwo stehen, aber die sind inaktiv, die sind von vor x-tausend Jahren und, äh, ja, meine Community ist eigentlich relativ klein. Klein und fein, aber es würde mich sehr freuen, wenn ich etwas vergrößern könnte, mit eurer Hilfe halt, indem ihr mir einfach ein Abo da lassen würdet. Das würde mich sehr freuen, äh, aber, ähm, ja. Ich würde sagen, jetzt lege ich erstmal einfach mit dem Video los. Und, äh, ich vergesse es umsonst immer, neben meinen KSP-Videos anzumerken, deswegen, da hatte ich mich, ich merke es jetzt mal direkt am Anfang, äh, am Anfang an. Äh, bevor ich es wieder vergesse. Wie auch immer, äh, wir werden jetzt anfangen mit, äh, folgendem. Ich werde, äh, ich will gar nicht überlegen, ich werde, glaube ich, drei slash zwei Raketen bauen müssen. Ähm, wir fangen an mit der ersten. Also das, was ich jetzt erst baue, wird erstmal die Station selber, äh, selber sein. Ich, ich werde wahrscheinlich den Großteil des Bauprozesses rauscutten, aber werde gleich nochmal alles, äh, im Detail zeigen, wie ich das aufbaue. Äh, ich packe jetzt hier erstmal direkt eine Remote Guidance Unit drauf. Das ist halt einfach nur, ähm, ja, ihr könnt auch jedes andere Drohnenpart da dann draufpacken. Das, das merke ich schon mal direkt an, ähm, ähm, das packe ich hier nur drauf für, äh, für SAS, damit ich hier, äh, die SAS-Controls halt alle habe. Die würde ich halt gerne haben, wir, äh, denn wir werden gleich keine Piloten haben. Ich werde hier nur einen, einen, einen Körbel reinsetzen. Ich nutze den großen Command-Port hier um uns auch nur, damit ich, äh, leichter dann eine große Rakete unten drunter bauen kann. Dadurch ist das nämlich ein bisschen leichter und dann können wir hier auch zu Not, oder was ist das zu Not? Und dann können wir hier optional hier auch noch mehr Körbels irgendwann später mal reinsetzen. Äh, wir nehmen alle hier raus, actually sogar. Und nehmen den hier, den Monoli-Körmann. Ich würde nämlich meine, meine Main-Crew würde ich gerne weiterhin behalten für andere Flüge. Den setzen wir jetzt hier rein, damit haben wir jetzt hier schon mal einen, einen Engineer drin. Ich glaube nämlich, man braucht einen Engineer für den EVA-Construction-Mode. Das weiß ich actually gar nicht, selber gar nicht so genau. Ich glaube aber, man braucht auf jeden Fall einen Engineer dafür. Und dann würde ich sagen, mache ich jetzt auch direkt schon mal den ersten Cut. Aber das wollte ich schon mal erklärt haben, warum ich hier das Ding drauf packe. Äh, das wollte ich kurz schon mal erklärt haben. Dann mache ich jetzt den ersten Cut und dann hören wir uns gleich wieder, wenn das Ding hier größtenteils fertig ist, würde ich sagen. Äh, also ja, bis gleich. So, und ich würde sagen, wir sind soweit für den ersten kleinen Cut, ich guess. Das ist jetzt hier so mein grober Sketch. Ich weiß, das Ding sieht jam-packed aus und ich werde es gleich auch kurz alles erklären. Aber zu aller Vorder erst mal, kann man das hier nicht irgendwie einklappen? Compact, ich glaube, wir klappen uns mal kurz hier ein. Das hier stimmt gerade alles nicht. Ich glaube, Kerbel Engineering Redux ist irgendwie noch verpackt. Nicht brauchen. Dieser Wert hier stimmt auf jeden Fall. 1916 ms Delta-V oder Schätzchen hier gerade, die werden wir aber nicht wirklich brauchen. Äh, der Sprit, der jetzt hier gerade dabei ist und auch das Triebwerk sind nur, um dann später mal kleinere Manöver zu machen, falls wir die machen müssen. Was wahrscheinlich nicht großartig der Fall sein wird, aber, ne, und so. Wie auch immer. Ähm, gut, äh, ja, 1916 ms Delta-V, das kann man übrigens hier einstellen. Also hier beim Standard KSP, die Delta-V-Anzeige. Für die von euch, die das auch nicht wussten, wie ich auch bis vor kurzem nicht. Man kann hier ein bisschen Vakuum, Sea-Level oder halt eine Höhe. Äh, Vakuum ist aber der Delta-V-Wert, den man für die ganzen Delta-V-Maps quasi alle, äh, für die ganzen Maps halt alle nutzen muss. Ähm, das sind jetzt halt in jedem Fall 1916. Das ist logischerweise nicht genug, um zu starten. Und auch die, äh, TWR dürfte nicht positiv sein. Oder ist sie sogar positiv? Außerdem ist sie wahrscheinlich positiv. Sea-Level ist sie nicht positiv, würde ich gerade schon sagen. Ja, also die ist halt nicht positiv. Die muss logischerweise aber eins sein, um von Kerbin escapen zu können. Sozusagen kann ich bitte das hier wieder einkloppen. So, vielen Dank. Äh, ja, wie auch immer. Ich erkläre mal kurz, was ich jetzt hier gebastelt habe. Also hier haben wir erstmal jede Menge Antennen. So viele hätte ich wahrscheinlich nicht anbauen müssen. Ich habe hier zwei von denen. Die habe ich in Zweisymmetrie. In Zweisymmetrie auch nochmal zwei von denen. Ich habe hier, ähm, 3x2 Photovoltaik-Paneele. Sprich, äh, Solarpaneele. Hier habe ich nochmal eine Antenne. Ich habe einfach ganz viele Antennen dran geklatscht, weil warum nicht? Hier oben habe ich einen Batteriepack angebaut. Hier habe ich auch unten nochmal ein paar Batteriepacks angebaut. Also einfach nur für Strom, ne? Logisch, soweit, denke ich mal. Hier ist nach wie vor unsere Remote Guidance Unit. Ihr könnt auch ein kleineres Teil da anbauen. Wie gesagt, das ist... Oder ich habe es nur für SRS halt angebaut. Dann haben wir hier unseren Fallschirm. Ich habe actually diesmal vergessen, äh, actually diesmal vergessen, äh, extra Fallschirme anzubauen. Ich baue immer ganz gerne extra Fallschirme an, just in case. Ich würde sagen, das mache ich auch noch eben schnell. Das geht hier ganz fix. Ich glaube, zwei Symmetrie dürfte ausreichen. Ja, vielen Dank, dass der automatisch wieder auf vierer Symmetrie gegangen ist. Ich muss ganz vorsichtig jetzt hier hin. Und dann machen wir die irgendwo... Irgendwo hin, keine Ahnung. Das wäre schlecht, das hier direkt vor die Klappe zu machen. Dann machen wir das vielleicht hier so hin unter das Fenster. Genau, prima. Da fassen Sie, da haben wir jetzt noch ein paar extra Fallschirme. Gut. Anyways, äh, ja. Wie gesagt, Solarpanele, ne, und so weiter. Äh, Antennen. Hier habe ich ein paar Leitern, damit es leicht ist, hier runterzukommen. Mir fällt gerade auf, dass, äh, die Solarpanele hier im Weg der Leiter sind. Aber, ähm, ich glaube, ich kann die Solarpanele wahrscheinlich einfach für den Moment einklappen, wenn ich die Leiter ausklappe. Ausfahre, wie auch immer. Außerdem werde ich die Leitern nicht wirklich großartig nutzen müssen, denke ich mal. Ich kann ja einfach mit dem Jetpack durch die Gegend jetpacken dann. Normalerweise zumindest. Äh, so, das hier sind drei, äh, SEQ24 Cargo Storage Units, äh, Units. Ich glaube, das sind aktuell die größten im Spiel. Ich kann euch das nicht garantieren, ich glaube aber schon. Deswegen habe ich davon einfach mal drei Stück angebaut. Da passt also jede Menge Cargo rein, die die Rakete sehr, sehr schwer machen wird. Die ganzen Cargo-Sachen. Äh, ob wir die schon beim Launch reinpacken, weiß ich nicht so genau. Vielleicht müssen wir dann, obwohl wir doch ein bisschen so oder so, oder so noch eine Rakete hochschicken. Aber whatever. Dazu kommen wir dann gleich. Äh, ja, das sind einfach dicke, äh, dicke Cargo Storage Units. Das sind nur ein paar kleinere. Hier am Rand einfach nur, um noch ein bisschen mehr extra Cargo zu haben, weil die Teile sind teilweise riesengroß, vor allem die Fuel Tanks, logischerweise. Da passt meistens irgendwie nur ein relativ kleiner Fuel Tank rein. Oder zwei davon oder so, gell, keine Ahnung. Wie auch immer. Ähm, ja, das sind einfach meine Cargo Tanks. Dann habe ich hier einen Rokomax X216 Fuel Tank. Wie gesagt, einfach nur für ein bisschen Treibstoff. Und eine Poodle Engine, damit ich einfach, ne, ein bisschen manövrierfähig bin, dann im All später. So, äh, bei den RCS Thrustern hier, die ich angebracht habe, das ist übrigens nochmal wichtig und zu beachten, dass das ganz normale Locking Ports hier, ne. Also, ihr könnt auch die geschildten nutzen, whatever, oder auch die kleinen, whatever. Äh, aber, äh, zu den RCS Thrustern immer kurz. Ich habe hier übrigens unten auch jede Menge RCS Thruster Fuel, logischerweise. Damit kann man, glaube ich, auch die EVA Fuel Jetpacks refuelen. Da bin ich mir aber gerade, don't quote me in Wert, ich bin mir gar nicht sicher, ob das geht. Wie auch immer. Ähm, die habe ich auf jeden Fall auch. Und diese Dinger hier ist, äh, für das, was ich machen werde, also für meine Docking Methode sozusagen, ist es relativ wichtig, meines Wissens zumindest, dass die alle schön gerade in einer Linie alle so, so angebaut sind. Also nicht das, ne, die müssen wirklich alle schön in einer Linie sein, wenn einer hier so misaligned ist, dann gibt das teilweise schon Probleme. Und wenn einer, vor allem auch hier oben zum Beispiel so misaligned ist, dass er so schräg ist, ihr seht ja, was ich meine, ne, der ist dann so schräg am Pott, auch das kann zu Problem führen. Am besten einfach alle schön, schön gerade, äh, an die Rakete bauen. Dann blasten die nämlich ihr RCS Fuel alle, äh, alle in dieselbe Richtung. Also in exakt dieselbe Richtung. Und wenn ihr dann auf die Nach-Links-Taste drückt, fliegt ihr auch wirklich nach links und nicht nach links mit einer leichten Drehung oder sowas. Ähm, das sind meine bisherigen Erfahrungen. Ich habe da teilweise manchmal Probleme mit, manche Raketen. Deswegen habe ich mir angewöhnt, immer wenn ich, äh, Docking-mäßig, und wir werden uns RCS nutzen, also ja auch das bitte anbauen, falls ihr mir jetzt hier, äh, nacheifern wollt. Falls ihr das hier, wie gesagt, als Guide nutzt. Ähm, ja, so weit, so gut. Das ist, äh, der Part der, äh, Station. Oder quasi, das ist die Station, wie sie dann später im All sein wird. Jetzt muss ich noch eine Launch-Stage bauen. Weil ich glaube, es macht mehr Sinn, das erst gleich zu machen. Denn ich weiß eigentlich noch gar nicht, wie schwer das Ding hier letztendlich sein wird. Ich werde nämlich wahrscheinlich schon die ersten paar Parts für unsere Drohne, die wir, oder Sonde oder whatever, die wir dann zum Mond drüber schicken werden. Die werde ich, glaube ich, jetzt hier auch schon gleich reinbauen. Und deswegen werde ich jetzt erstmal hingehen und werde die Sonde, Drohne, whatever, einmal kurz hier in diesem Modus bauen. Und das soll ich dann einmal zeigen, wie sie dann am Ende aussehen soll. Und dann werden wir sie im All letztendlich dann wirklich zusammenbauen und konstruieren und so weiter. Das klingt ganz logisch und sinnvoll, finde ich. Deswegen würde ich sagen, mache ich das mal. Ich spreche das mal kurz als, was ist das hier? Das ist unsere Curbin Construction Station, Mark 1. So, save. Und dann hören wir uns gleich wieder, wenn ich hier unsere kleine Mini-Drohne gebaut habe, I guess. Also ja, bis gleich. So, und da bin ich auch schon wieder. Und ich denke, wir haben jetzt hier unsere sehr eigenartig aussehende Drohnen, Sonden, whatever, Apparatur gebaut. Oder habe ich gebaut, whatever. Die sehen ein bisschen komisch aus, aus einem sehr einfachen Grund. Ich glaube, das hier, der FLT 200 Fuel Tank, ist, glaube ich, der größte, den man in Cargo Part, also den man als Cargo Part irgendwo reinstecken kann. Das ist, hier, wenn ich eine Größe größer gehe, dann steht ja nichts mehr von wegen dieser Cargo Part. Ich glaube, das ist der größte, der größte Treibstofftank, den man einpacken kann, sozusagen. Deswegen würde ich fast sagen, nehmen wir den Treibstofftank. Davon braucht man, glaube ich, vier Stück. Wenn ich mich nicht komplett verkalkuliert habe, werden wir ungefähr 3000 Meter Sekunden Delta V brauchen. Oder 3400, glaube ich sogar. Also ungefähr das, was wir jetzt hier eh haben. So viel Delta V werden wir ungefähr brauchen, um bis zum Mond zu fliegen, zu landen und wieder zurück zu fliegen nach Köpen. Ich hoffe, dass das kommt hin. Ich hoffe, das reicht aus. Actually, mir fällt gerade auf, uns fehlt noch ein Docking-Port. Oh boy, wie machen wir denn das? Ich glaube, wir brauchen einen Docking-Port. Ja, wir brauchen einen Docking-Port, liebe Leute. Äh, ja. Ja, ja. Wir brauchen noch einen Docking-Port. Ich mache doch nochmal kurz den kleinen Cut und tüftel mal kurz aus, wo ich hier den Docking-Port anbaue. Dann erkläre ich euch nämlich gleich, wie das hier geplant ist mit dem Teil. Äh, logischerweise, das hier werden wir alles dran bauen. Also den ganzen Part hier unten. Aber ja, dazu dann gleich mehr. Bis, bis gleich. So, und damit haben wir es dann hoffentlich. Äh, das Staging ist jetzt hier gerade noch ein bisschen messed up. Aber ich erkläre euch jetzt gleich mal, äh, wie der Spaß hier gedacht ist und funktioniert und so weiter und so fort. Äh, und zwar. Also starten wird von diesem Schätzchen hier. Das hier ist übrigens ein Decappler. Der ist hier noch dazwischen. Ne, also den sieht man nur schlecht. Was davon actually starten wird, ist... Moment. Moment. So. Das hier. Also das ist alles, was wir gleich hochschicken werden. Und den Rest werden wir dran bauen. Der Grund, aus dem ich hier schon ein paar Sachen dran habe. Ich weiß, das ist nicht, oh, from scratch. From scratch wäre, wenn ich wirklich nur die Remote Guidance-Unterran hätte. Aber der Plan ist folgendes. Äh, folgender. Wir haben hier ein bisschen was an, äh, Delta-V, äh, Delta-V, sag ich schon, an, äh, RCS-Fuel und ein paar Thruster. Und wir werden das Ding, ähm, an unsere zweite Rakete, die wir hochschicken werden, werden wir das dran klatschen. Also das hier quasi so. Und dann werden wir das absprengen. Genau dieses Teil, der dieser... Mega ruckler gerade. Okay. Diese Konstruktion hier werden wir absprengen. Äh, werden hiermit an unsere Station, die ich hier gerade gebaut habe, andocken. Werden diesen Spaß da dran bauen. Und danach wiederum werden wir, äh, abdocken. Werden diesen Dockenport hier, äh, absprengen. Hier habe ich auch noch einen Decappler dran gebaut. Und werden dann hier, ich weiß nicht, ob man was, äh, bei einem, äh, bei einem, äh, Schiff, das nicht angedockt ist, ob man da actually hingehen kann. Und da, ähm, da noch Sachen dran bauen kann. Deswegen würde ich fast sagen, sollte ich vielleicht noch mal kurz gucken, dass wir hingehen. Außerdem sollte man vielleicht noch ein paar mehr, äh, Solarzellen anbauen, mag ich gerade. Ähm, das könnte man vielleicht auch noch, äh, machen, I guess. Wir sollten mal kurz gucken, dass ich hingehe und hier vielleicht noch irgendwo eine Leiter dran klatschen, eine einzelne. Äh, das mache ich vielleicht einmal kurz noch eben. Und, äh, danach packe ich noch ein paar Solarzellen ein. Dann zeige ich dir gleich noch mal kurz das Ding hier in, in der Overview zu sagen. Wo ist denn das hier? Structural? Ne, was soll das denn? Leitern. Utility, da müssen Leitern sein, genau. Wir nehmen die ganz kleinen Leiter hier. Wo ist die denn? Da. Oder ist die noch kleiner? Lightstrip? Ne, einen Lightstrip brauchen wir nicht. Ne, ne, einen Lightstrip brauchen wir nicht, liebe Leute. Äh, wir bauen hier irgendwo eine Leiter dran. Actually, wir können die Leiter einfach hier später dran bauen. Das ist der Move. Wir bauen hier später eine einzelne Leiter dran. Die kostet uns ganz kurz ein bisschen Delta-V. Einfach nur, damit sich unser Engineer dann da ranhängen kann. Äh, und dann hier den Fallschirm oben draufsetzen kann. Das ist der Plan. Ich hoffe, das funktioniert soweit alles. Ähm, kann man so ein Cargo-Ding, also das ist auch so, 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 so ein Cargo-Ding eigentlich in ein anderes Cargo-Part. Ist das ein Cargo-Part? Das sind keine Cargo-Parts. Ha. Ah, sonst hätte ich gesagt, könnte ich so ein Storage-Unit halt hier noch dran bauen einfach. Aber das geht, glaube ich, auch nicht. Äh, falls, wie groß ist denn der Fallschirm? Jetzt gucken wir mal kurz nach. Äh, vielleicht kann ich ihn ja einfach in das, ist der, brauche ich jetzt einen großen Fallschirm wahrscheinlich. Packed-Volume 1100 Liter. Der ist viel zu groß. Den kann ich im Leben nicht. Äh, einfach ins Inventar vom Körbel reingeben. Ja, ich hoffe, das klappt irgendwie mit dem Fallschirm. Ansonsten, aber wir können einfach diese Radial-Mount-Parachutes dann ja irgendwie dran klatschen. Ja, das geht schon irgendwie. Ne, also das ist schon wahrscheinlich auch machbar, denke ich mal. Katschen wir irgendwie Radial-Mount-Parachutes, jede Menge dran, dann passt das schon. Wie auch immer. So, äh, das ist jetzt hier das Design. Irgendwie wird schon hinhauen. Ich glaube, ich hätte gesagt, dann einfach stattdessen Radial-Mount-Parachutes einpacken. Vielleicht packe ich auch einfach beide Arten ein von Fallschirm. Ich schaue mal. So, aber das ist soweit die Rakete. Wir nutzen diese Tanks hier. FLT-200, das sind, äh, wie gesagt, die hier müssen, genau, äh, die hier sind das. Das sind die größten, die man als Cargo-Part einpacken will. Davon brauchen wir vier Stück. Die bauen wir dann alle übereinander. Unten drunter bauen wir eine Terrier-Engine. Und, äh, vier LT1 Landing Struts. Drei, die würden wahrscheinlich auch funktionieren. Und mit vier sollte das Ding etwas sicherer stehen. Dazwischen haben wir dann ein TD-12-Di-Cuppler. Äh, wie gesagt, das hier ist alles schon, äh, so vorgebaut. Das hier muss leider schon so vorgebaut sein. Und wir werden eine, ein Pegasus 1 Mobility Enhancer brauchen. Und damit sollten wir das Ding bis zum Mond kriegen. Und auch wieder zurück. Und dann müssen wir es landen. Und dann wär's das, I guess. Ich kann hier nochmal, äh, in Anführungszeichen beispielhaft. Aber, äh, Melee, damit ich es selber nicht vergesse, können wir hier noch ein paar Fallschirme anbauen. Die hoffentlich nicht. Oh Gott, die kosten so viel Delta-V. Ich glaub, wir müssen mit drei Fallschirmen auskommen. Ja, wir probieren das nur mit drei Fallschirmen. Vielleicht klappt das dann auch alles nicht. Es kann, es ist nicht unmöglich, dass das... Wobei, actually, äh, der Delta-V-Wert sollte sich ja eigentlich verändern. Noch ein bisschen, weil wir hier ein bisschen Gewicht noch abspringen können. Ein ganz kleines bisschen. Aber das Ding wiegt ja eh selber an sich auch nicht viel. Deswegen, whatever. So, das ist jetzt unsere Mün, äh, Construction Probe oder so. Mark 1. So. So nenn ich das jetzt mal. Das Ding werden wir dann also gleich oben im All konstruieren. Und gleich meine ich wahrscheinlich erst in der nächsten Folge. In dieser Folge werden wir maximal irgendwie ein Stationsteil hochschicken. Vielleicht auch schon das zweite und vielleicht auch schon docken. Aber das Bauen, das wird in dieser Folge definitiv nicht mehr passieren. Aber es wird garantiert in zwei Teile. Ja, das ja. Wie auch immer. So, das ist unsere Probe, die wir in den Baum werden. Und, äh, jetzt geht's ans, äh, ans Eingebrachte, I guess. So, save, open. Was wir jetzt nämlich machen müssen ist, das zeige ich auch einmal kurz nochmal. Oh Gott, ich habe schon so viele Sachen in diesem Spiel gebaut. Äh, das ist die Construction Station. Da gehen wir jetzt hin. Und jetzt gehen wir nämlich, glaube ich, einfach hier hin. Und öffnen wir rechtsklicken hier einfach mal hier drauf. So, und wir wissen schon mal, wir brauchen vier von diesen Tanks. Ich hoffe, das passt ja alles rein. Bin ich dann, wie gesagt, ich werde dir eh einen zweiten Raketen hochschicken, nicht der Andocke. Dann muss da halt noch ein bisschen was rein. Wir werden vier von diesen Tanks brauchen, also eins. Oh Gott, da passt gerade mal ein Tank rein. Äh, zwei von den Tanks. Drei von den Tanks. Oh Gott, wir werden eventuell. Ja, wir werden ein paar Cargo-Probleme haben. Ich merke das schon. So, also wir brauchen vier von den Tanks. Genau, vier von den Tanks. Und so müsst ihr jetzt hier einfach alle Parts rein drag and droppen. Ich mache das jetzt mal hier beispielhaft nur mit ein, zwei Sachen. Ich glaube, die Engine passt hier schon gar nicht mehr rein. Ne, passt hier hier oben in den Pot rein, vielleicht. 200 Liter, das ist auch viel zu wenig. Hier passt die, glaube ich, auch nicht rein. Das ist auch zu klein. Ja, das ist natürlich schön. Das ist natürlich schon gut. Ich glaube, wir werden mindestens ein, äh, ein Cargo-Ding mehr brauchen. Deswegen baue ich das direkt mal an. Wo ist das hier? Cargo. Äh, ich werde noch so ein Feeds-Ding anbauen. Das muss, glaube ich, leider sein. Dann werde ich die Frost-Ding mal hier nach unten weiter verschieben. Ist eigentlich relativ wurscht, aber ich mache es auch mal. Außerdem habe ich jetzt auch ein bisschen mehr Platz an der Rakete, ich guess. Ähm, was mir jetzt aber auch nicht großartig viel bringt. Ich kann die ein bisschen hier offsetten, hier, ich guess, die, die Photovoltaik-Paneele, damit die hier ein bisschen mehr Sonne abkriegen. So, jetzt haben wir hier, glaube ich, noch kein Part drin. So, wir haben jetzt, wie viele Tanks haben wir? Eins, zwei, drei. Dann kommt hier Tank Nummer vier rein. Na, das muss man jetzt hier alles so planen, logischerweise. Jetzt haben wir schon mal die vier Tanks. Wir brauchen jetzt noch. Was brauchen wir jetzt noch? Die Engine. Bevor ich es vergesse, packe ich hier schon mal die Leiter rein. Das ist das Part, bei dem ich mir relativ sicher bin, dass ich das am wahrscheinlichsten vergessen werde. Ach, das ist zehn Liter nur das. Das kommt hier, das ist ein kleines Teil, das kommt nur hier rein. Das kommt aber hier rein. Wir brauchen einen Leiter. Ich guess wir können auch zwei Leitern einpacken, wobei, das kostet uns DeltaV. Just in case, wir packen nochmal zwei Leitern ein, kann nicht schaden. Wir haben hier, glaube ich, genug Platz in den kleinen Dingern. Da können die großen Parts passen da eh nicht rein. So, dann machen wir drei Fallschirme. Eins. Hier passt noch einer rein. Zwei. Drei und dann, I guess ich können und vier einpacken. Es sei denn, ich habe dann am Ende wirklich auch von den kleinen Teilen zu wenig Platz. Dann können wir den nochmal rausnehmen, I guess. Weil, wie gesagt, wahrscheinlich werde ich vier gar nicht wirklich anbauen können. Aber ich möchte dann halt später beim Bauern noch die Optionen haben. Deswegen packe ich da jetzt mal mehr als genug rein. Ich glaube, den großen Paratute, das werden wir gar nicht erst probieren. Der ist Packed Volume 1000 Liter wieder. Das ist viel zu groß. So, damit haben wir jetzt die Fallschirme. Was fehlt noch? Wir haben die Fallschirme. Wir haben die... Ich würde sagen, ich cutte den Rest einfach mal raus. Aber ich wollte euch auch mal demonstrieren, wie ich das jetzt machen werde. Ich kann euch dann am Ende meine Konfiguration nochmal zeigen, I guess. Also ja, bis gleich. So, da wäre ich wieder. Ich steppe jetzt noch einmal ganz schnell durch. Man kann es um uns hier. Man kann auch auf Cargo gehen. Dann wird auch hier alles angezeigt. Die ganzen Inventories. Außer mal, da wäre die Default Curb... Curbins... Curbins, sag ich schon. Curbins. Curbils. So. Goddammit. Hat er wieder reingesetzt. Die muss ich dann gleich wieder ändern, I guess. Wie auch immer. So. Wir haben also... Ich zeige es aber lieber einfach mal hier. Das ist irgendwie leichter zu zeigen, glaube ich. Wir haben hier drei Landing Legs und ein Treibstoffkanister. Hier noch ein Treibstoffding und noch ein Landing Leg drin. Hier haben wir nur Treibstoff und hier haben wir auch nochmal nur Treibstoff drin. Weil da passt... Also passt schon noch was rein, aber ich habe sonst nichts, was ich gerade hochbringen wollen würde. Dann haben wir hier ein Fallschirm. Dann haben wir hier noch ein Fallschirm. Und zwei von den Leitern, die ich actually wahrscheinlich gar nicht brauchen werde, weil ich jetzt ja die Fallschirm an die Seite mounten werde. Dann haben wir hier noch ein Fallschirm. Vier Solarpaneele, just in case. Ob ich die actually dran bauen werde, weiß ich natürlich auch noch nicht. Und hier haben wir noch ein... Noch ein Schlag mich tot. Noch ein Fallschirm. So weit, so gut. Das Einzige, was fehlt, ist meines Wissens die Engine. Die habe ich nämlich hier noch nicht unterbringen können. Aber wie gesagt, wir werden das hier zu einer Station machen. Wir werden also dann noch was dran docken müssen. Deswegen sollte das alles absolut günstig und gar kein Problem sein. Und ich würde sagen, jetzt wo wir wissen, wie das Ding actually beim Launch wiegen wird, werden wir mal kurz hingehen. Außerdem möchte ich die Action Groups auch noch nicht eingestellen. Das möchte ich vielleicht auch noch machen. Also die Action Groups für die Paneele. Wie auch immer. Ich werde jetzt die Launch Stage drunter setzen und dran bauen. Und dann würde ich sagen, hören wir uns gleich wieder, wenn ich das getan habe. Und dann geht es gleich an den Start der ersten Rakete, denke ich mal. Und ja, beziehungsweise dann müssen wir noch die andere Rakete bauen. Die zweite Rakete, die wir dann da ran docken. Das würde ich sagen, machen wir auch schon vorher. Aber dann geht es auch gleich fast schon direkt an den Start. Ich weiß, das Video ist ewig lang. Ich habe das jetzt nur gebaut. Aber gerade für Leute, die das jetzt hier nachbauen wollen, ist das logischerweise wichtig. Deswegen, I guess, falls ihr nur den Start und so weiter sehen wollt, dann skippt einfach ahead. Ihr seht das ja in der Videotimeline, weil jetzt seht ihr immer ein schönes Vorschau-Bild und so. Wann das Action to Launch losgeht. Also ja, bis gleich. So, mein OBS ist jetzt gerade zweimal in Folge gecrashed. Ich hoffe mal, dass es jetzt nicht nochmal passiert. Ich weiß nicht, warum. Ich habe nichts gemacht. Jetzt ruckelt das Spiel wieder. Okay. Ich hoffe mal, dass OBS ist nicht nochmal gecrashed. Wie auch immer, das ist jetzt hier die Rakete. Ist nichts besonders spektakuläres. Wir haben jetzt hier eine Twin-Bow-Engine, einen 64er-Fuel-Tank. Darüber habe ich noch einen 16er-Fuel-Tank for good measure gepackt. Und dann haben wir hier vier von den Kickback-Sottle-Fuel-Boostern. Insgesamt kommen wir damit auf irgendeinen Delta-Vorwert, den er mir gerade nicht einzeigt. Aber irgendwie 3600 müssten es, glaube ich, sein. Wieso zeigt er mir jetzt hier gar nichts mehr an? Ach, wegen den Dingern. Okay, den nehmen wir nur kurz ab. Ist es deswegen? Bug-Tag spielt es komplett rum. Wieso zeigt er mir das jetzt plötzlich nicht mehr an? Display Delta-V, please. Er zeigt es mir jetzt nicht mehr an. Aus Gründen, die mir nicht klar sind. Keine Ahnung. Wie auch immer. Das sind 3600 Delta-V. Das müsst ihr mir jetzt einfach glauben, I guess. Der Bug-Tag hat komplett rum. Wahrscheinlich wegen OBS. Vielleicht muss das Game gleich auch mal neu starten. Ich habe keine Ahnung. Das sind auf jeden Fall ungefähr 3600 Delta-V. Wenn ihr selber eine Rakete baut, immer über uns darauf achten, dass ihr einen positiven TWR-Wert habt für die ersten 3400 Meter Sekunden Delta-V. Sonst kommt ihr nämlich nicht in den Orbit. Zumindest wird es sonst sehr schwierig, in den Orbit zu kommen. Deswegen habe ich hier in der Launch-Stage 3600 Meter Sekunden Delta-V. Da habe ich noch ein bisschen Leerway. Und ich habe auf jeden Fall auch einen positiven Delta-V-Wert. Das Spiel ruckelt gerade die ganze Zeit zwischendurch immer wieder. Deswegen werde ich, glaube ich, einmal restarten. Und dann bauen wir kurz noch die zweite Rakete. Wie gesagt, die ich dann auch noch hochschicken werde. Und dann diese hier dran docken werde. Und dann hören wir uns gleich wieder. Und das wird alles wunderbar. Ja, ja. So, bis gleich. So, ich habe sowohl herausgeschnitten, wie ich das gesamte Ding hier gebaut habe, als auch den gesamten Neustartespielzug quasi. Ich habe das Spiel gesagt, gerade einmal neu gestartet. Wie immer, ich bin jetzt fertig damit, das Teil hier zu bauen. Das hier ist der Construction Hauler Mark I. Und ich habe hier übrigens extra so einen MK1 Lander kennengenommen. Die ist nämlich ein Modul größer, größer. Aber ist halt nicht so ein riesen MK1 1-3 Command-Port-Moppet-Ding halt. Mainly ist der Grund, weil ich hier oben halt... Ich versuche, das Monstrum hier mal kurz zu erklären. Ähm, es ist eigentlich gar nicht mehr so schwierig. Hier ist die Lander-Can. Da sind halt einfach ein paar Solarpanele dran. Hier sind auch nochmal Solarpanele. Ähm, dann haben wir hier eine Batterie. Die sieht man nicht, weil sie gecovered ist in Parachutes. Aber ja, darunter ist eine Batterie. Darauf wiederum haben wir hier einen Docking-Port, den ich eigentlich später mainly als Docking-Port nutzen will. Darüber wiederum haben wir einen Decopler. Und das hier darüber, das ist einfach... Ich zeige euch das mal kurz. Das habe ich als Sub-Assembly hier nämlich einfach mir reinkopiert. Das ist der Moon-Probe-Buddy. Das ist einfach die Probe, die wir vorhin gebaut haben. Und die habe ich jetzt einfach oben drauf geklatscht. Und der Sinn ist halt ganz einfach, dass wir uns andocken an unserer Station. Mit den Dingern hier erstmal. Also eigentlich wäre mein Plan, sich dann danach nochmal abzudocken und richtig auszurichten an diesen Docking-Port. Aber das ist eigentlich unnötig. Aber egal. Trotzdem. Einfach just to have the option to do that. Habe ich den dann da trotzdem nur da reingelassen. So, also wir docken an die Station mit diesem Docking-Port. Oder diesem hier halt. Auf der anderen Seite. Oder whatever. Damit docken wir an. Ich habe extra ein bisschen Abstand gemacht, damit die Raumschiffe nicht ineinander rein crashen. So halb. Während ich mich da andocke. Dass wir hier ein bisschen Platz haben. So, so weit so gut. Hier oben dran, das Teil, wenn wir dann angedockt sind, springen wir dann ab. Das Teil hier selber docken wir dann auch nochmal an die Station ran. Und dann können wir in aller Ruhe unten dran. Also auf die Unterseite hiervon. Von diesem Teil können wir dann die ganzen schönen Komponenten dran schweißen, dran löten und dran bauen. Das ist so weit der Plan. Und ja. Der Grund, aus dem ich das hier so komisch gebaut habe, ist, aus dem ich auch diese Liquid-Fuel-Engine hier wieder genutzt habe. Das ist ganz einfach. Hier ist mal wieder eine Cargo-Storage-Unit dazwischen geklemmt quasi. Und auch hier habe ich logischerweise ACS dran übrigens. Hier haben wir einmal einen C7-Brand-Adapter. So heißt das Teil. Da ist einfach Treibstoff drin. Hier ist noch ein bisschen mehr Treibstoff drin. Das ist aber mainly, damit ich hier einen geraden Part der Rakete habe, mit der ich Sachen dran attachen kann. Vor allem auch diese Engines. Darunter haben wir dann hier die Terrier-Engine und noch ein bisschen extra Fuel. Das hat hier auch noch reingepasst. Übrigens habe ich vorhin vergessen, die Coupler einzubauen in die Rakete, in die andere. Also in die Storage-Unit. Ich glaube, der TD-12 ist das, glaube ich. Aber don't co-op mir ein Wett. Guckt das lieber selber nochmal nach, bevor ihr den falschen einpackt. Den Coupler habe ich da gerade auf Camera auch noch reingeschmissen. In einen der Cargo-Storage-Units von der Hauptrakete halt. Dann haben wir einen 64-Fuel-Tank, eine Twin-Ball-Engine und vier Kickback-Booster. Also, ich glaube, 16 auf dem Fuel-Tank weniger, weil das Ding einfach etwas leichter ist. Und das ist soweit die Rakete. Die werden wir jetzt aber noch nicht starten. Wir werden natürlich die anderen starten. Nämlich, die heißt übrigens hier Construction Haller Mark 1. Wir werden jetzt aber die Rakete Carbon Construction Station Mark 1, die werden wir jetzt starten. Unsere Station selber. Und ich habe, wie gesagt, vergessen die Action-Groups zu setzen. Das habe ich immer noch nicht gemacht. Das mache ich jetzt mal eben ganz fix, ganz schnell. Toggle und Toggle und Toggle. So, Action-Groups gesetzt. Save. Und damit würde ich sagen, geht es jetzt an den Launch. Ich glaube, damit dürften wir soweit anders haben. Ja, dann würde ich sagen, geht es jetzt an den Launch. So, herzlich willkommen auf der Startrampe. Und auch herzlich willkommen zurück an die, die den Baupart maybe geskippt haben. Ich weiß es nicht. Ja, wir haben jetzt zwei Raketen gebaut und eine Drohne, die wir dann, oder Probe, wie immer, die wir dann eben alle letztendlich zusammenbauen werden. Das kommt aber alles erst später. Jetzt müssen wir erstmal die erste Rakete launchen. Und denkt bitte daran, hier nur euren Engineer, nur den einen Körbel hier reinzusetzen, wie ich das jetzt hier auch gemacht habe. Ansonsten, ja, sitzt da halt kein Körbel drin oder die falschen Körbels sitzen drin. Das habe ich nämlich gerade, ich nehme das hier gerade schon zum zweiten Mal auf. Ich habe mich gerade einmal die falschen Körbels reingesetzt. Gott sei Dank habe ich das aber noch, bevor ich gestart bin, auf den Startknopf gedrückt habe. Und so weiter und so fort. Habe ich das nur gemerkt. Deswegen ist da nicht viel Zeit für mich verloren gegangen. Ich musste einfach nur einmal den Körbel darin austauschen. Und dann passt das soweit. Und jetzt geht es ja aufwärts mit der Rakete. Ich könnte jetzt ein bisschen zurückfroscheln, vielleicht mache ich das auch mal. Dann haben wir gleich noch ein bisschen mehr Liquid Fuel über, dass wir dann alle Ruhe Gravity turnen können, etc. Das ist dann da gleich alles. Leichtigkeit sollte das eigentlich drin sein. Ich gehe mal noch ein bisschen mehr runter, warum auch nicht. Das sollte soweit alles passen. Unser Abbauabsicht ist stetig am steigen. Wann wir jetzt hier starten, ist an sich erstmal übrigens egal. Also auch für die von euch, die jetzt nur wegen dem Docken gucken, das ist alles erstmal nicht weiter wichtig. Bei der allerersten Rakete auf jeden Fall. Bei der zweiten Rakete könnte man glaube ich, also was heißt glaube ich, man kann definitiv timen, dass das Ding perfekt nach oben kommt, sodass man kaum noch Manöver machen muss und eigentlich fast schon instant docken kann. Das werde ich aber jetzt nicht machen, weil es ist mir persönlich einfach zu kompliziert und es ist eh nicht so schwer zu docken, wenn man weiß, wie es geht. Und ich glaube, es ist eh eine ganz gute Practice für euch, dass dann vielleicht auch auf die in Anführungszeichen schwerere, aber auch nicht so viel schwerere Variante zu machen. Einfach nur, wenn man es dadurch dann vielleicht auch direkt mal ein bisschen besser direkt für die Zukunft lernt. Deswegen, why not? Oh, unser Apoops ist viel zu hoch. Ich war gerade wieder am Quatschen. Und hab natürlich das ganze Quatschen mal wieder gar nicht gemerkt, dass ich vergessen habe zu Gravity Turn oder gerade wieder viel zu spät den Gravity Turn machen. Ich kann eigentlich schon wieder so einen ganz radikalen Turn hier gerade wieder an der Stelle machen. Wir haben aber normalerweise eigentlich eh genug Treibstoff, um hier mit Leichtigkeit in die Orbit zu kommen. Ich würde sagen, ich drehe mich mal Prograde und dann passt das schon. Wir müssen eh eigentlich, oder es ist eh logischerweise von Vorteil, einen relativ hohen Orbit für uns zu haben, da wir dann mit unserer Drohne später, ihr wisst Bescheid, später nicht ganz so viel Gas geben müssen, obwohl wir jetzt, glaube ich, eh mehr als genug Treibstoff dabei haben sollten, um es mit relativer Leichtigkeit bis zum Mond zu schaffen und wir zurück. Aber dann können wir da ein bisschen Treibstoff sparen, sozusagen. Das ist sowieso der wahrscheinlich schwierigere Teil dieser Mission, abgesehen vom Docken, die Drohne actually, bis zum Mond zu schießen und so weiter und so fort und dann auch wieder zurückzufliegen damit und vor allem auch zu landen. Das Landen wird auch keine, ich bin, glaube ich, zu weit getimobbedingungsweise eventuell, potenziell. Das Landen wird potenziell auch etwas kompliziert, nevermind bin ich nicht viel und so, das trifft ja gerade jede Menge Power noch. Ja, ist übrigens, ne, also wenn ihr jetzt schon hier das Video guckt, um zu lernen, wie man dockt, ich denke mal, ihr wisst dann auch schon, wie man eine Rakete startet, also da muss ich jetzt nicht kurz noch drauf eingehen, denke ich doch mal. Deswegen kann ich schon mal kurz erklären, warum es, glaube ich, schwierig sein dürfte, mit unserer Drohne zu landen. Die Grunde ist ganz einfach, das ist so eine lange Stabrakete mal wieder, das ist einfach so ein langer Stick und unten dran sind halt ein paar Landebeine und bei solchen langen, dünnen Raketen ist es häufiger mal so, dass es ein bisschen problematisch ist, das Teil actually zum Stehen zu bringen, weil einfach, wenn man nicht auf einer perfekten, geraden Fläche landet, das Ding dann einfach zur Seite rüberkippt ganz gerne mal und ich glaube, wir müssen tatsächlich schon auf unsere Emergency Stage, was halt auch nicht wirklich stimmt, das ist halt einfach nur die Manövrier Stage, da müssen wir dann doch, glaube ich, auch zurückgreifen, weil ich gerade natürlich, wie es typisch für mich ist, da habe ich mal wieder den Start nicht absolut perfekt hingelegt, sondern leicht in den Sand gesetzt, aber es macht nichts Sinn, dafür habe ich ja hier diese Stage noch, um hier mit Leichtigkeit ein kleines bisschen Delta V davon ausgeben zu können und dann doch bis in den Orbit zu kommen, was ich ja jetzt, wie ihr seht, geschafft habe, nicht wahr? Ja, so, damit ist jetzt hier der erste Teil der Station schon beim Orbit und ich würde fast sagen, ich will gerade überlegen, ich will gerade überlegen, erstmal werde ich jetzt hier auf Stability Assist wieder umstellen und ich glaube, wir drehen uns einfach mal um, weil warum auch nicht? So, und damit haben wir jetzt schon mal die Main Station im All und die ganzen Bauteile sind auch hier alle drin, prima, alles klar und wunderbar und hier seht ihr es nochmal, hier habe ich die Cuplights reingepackt, den werden wir später auch anbauen, aber wir drehen uns mal kurz Richtung Sonderweil, warum nicht? Die Frage, die sich mir gerade jetzt stellt, ist, ob ich die Aufnahme oder die Folge jetzt an dieser Stelle beenden soll oder nicht und ich glaube fast, die Antwort lautet, ja doch, das ist glaube ich, wäre ganz smart, in dieser Folge haben wir das Ding jetzt halt Mandy gebaut und das erste Teil schon mal gestartet und in der nächsten Folge kann ich dann nämlich den ganzen Rest machen, also sprich, das andere Ding hochschießen, das geht ja alles, es ging jetzt ja gerade am Ende auch relativ fix alles, da schießen wir dann das andere Ding hoch, dann werden wir es andocken, da werde ich dann nochmal ganz ausführlich und genau erklären, wie das funktioniert, keine Sorge, es ist kein Hexenwerk, es ist echt nicht schwer, dann docken wir die beiden schön, Schätzchen hier zusammen, sprich, irgendwie an einem von diesen vier Ports hier, dann kommt der, wie gesagt, der Drohnen- und Baupart, also falls ihr das hier nur guckt, um zu lernen, wie man dockt, dann keine Sorge, das könnt ihr eigentlich alles ignorieren, logischerweise, ist ja klar, falls ihr das alles nicht wissen wollt, aber ja, dann kommt der Drohnenbaupart und dann geht es ab zum Mond und das würde ich sagen, passt glaube ich alles ganz gut in einem Video und das sollte man in einem Video alles schaffen können, glaube ich, nachdem wir in diesem Video jetzt wieder mainly mit dem Bauen beschäftigt waren, da musste ich uns gerade auch teilweise ordentlich tüfteln und rauskriegen, wie die Parts so aneinander passen, vor allem, wie ich das hinkriege mit der Cargo-Storage-Unit, weil diese große Cargo-Storage-Unit ist von der Modulgröße halt riesengroß, hier ist es halt ganz einfach, da packe ich jetzt hier so einen großen Treibstoffkanister dahinter und fertig, aber unter das MK1-Command-Pod-Ding passt das nicht direkt runter, weil es halt von der Modulgröße zu groß ist und der Adapter kostet auch immer Gewicht an der Rakete, blablub, und ja, ich glaube diese Variante mit den Triebwerken, die an der Seite gemountet sind, ist da, glaube ich, ganz empfehlenswert und ganz gut, deswegen denke ich auch, dass ich da eine ganz gute Lösung für gefunden habe. Wie auch immer, weiter geht's an dem nächsten Part, wie bereits gesagt, ich weiß, heute nicht der allzu actionreiche Part, mainly ein Baupart, aber in der nächsten Folge werdet ihr dann sehen, wie es hier weitergeht und dann werden wir unsere erste komplett eigengebaute Drohne und zwar komplett im All gebaute Drohne, weil das andere Schiff, das ich ja im letzten Part ergänzt habe sozusagen, das hätte es wahrscheinlich auch so schon so zum Mond geschafft, aber diesmal werden wir das Ding wirklich komplett im All bauen und das Teil werden wir dann bis zum Mond fliegen und wahrscheinlich sogar landen, also davon ausgehen, dass ich das hinkriege, dass ich eine schöne flache Stelle zum Landen finde, wie auch immer, und dann auch wieder zurückfliegen. Aber ja, wie auch immer, das war's für die heutige Folge, ich hoffe, es hat euch gut gefallen, ich hoffe, ihr habt noch einen schönen Resttag, das wünsche ich euch auf jeden Fall, und auch noch ein schönes Rest neues Jahr, also ein schönes Jahr, weil wir sind erst am Anfang. Das war's erstmal von mir für heute, für die heutige Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschü! Kvitt euch! Musik 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 Musik